Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Sebastian Zimmer und möchte euch den Zimdimaker vorstellen. Das ist eine Web-Applikation, mit der ihr schnell und einfach eure linguistischen Daten annotieren könnt. Gehen wir mal auf die Seite, das ist class.uni-köln.de slash zimdimaker. Ja, da ist er auch schon. Wie gesagt, es ist eine Web-Applikation, die funktioniert aber sowohl online als auch offline. Das heißt, auch wenn ihr nicht mit dem Internet verbunden seid, sobald ihr die Seite einmal aufgerufen habt, könnt ihr auch darauf zugreifen, wenn ihr offline seid. Ich kann das mal hier demonstrieren. Ich kappe die Verbindung zum Internet und schließe die App und rufe sie erneut auf. Und wie ihr seht, funktioniert das Ganze immer noch, obwohl ich nicht mehr mit dem Internet verbunden bin. Das liegt daran, dass sich die App hier im AppCache runtergeladen hat, in den AppCache und da seht ihr sie. Das heißt, ihr könnt jetzt immer darauf zugreifen, auch wenn ihr zum Beispiel im Feld seid, wo es natürlich nicht immer eine Internetverbindung gibt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir können es ja mal durchspielen. Wir erstellen jetzt mal einen neuen Korpus. Das geht hier los bei Start. Ich gebe dem Korpus zunächst einen Namen, einen Titel und eine kleine Beschreibung. Dann kann ich hier globale Content Languages hinzufügen, indem ich danach suche. Ich suche zum Beispiel mal Deutsch. Deutsch. Da ist es auch schon. Vielleicht noch Englisch. Auch dabei. Ja, wir sehen hier auch den Country-Code. Der spielt aber im Endeffekt keine Rolle. Hauptsache der ISO-Sprachcode stimmt. Wenn ich den schon kenne, kann ich ihn auch direkt einfach hier eingeben. Und dann wird die entsprechende Sprache auch hinzugefügt. Ja, wichtig anzumerken ist, dass SIMD-Maker in gewissen Intervallen die eingegebenen Daten speichert. Das kann man hier in den Einstellungen auch einstellen. Im Moment ist es auf 60 Sekunden eingestellt. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man hier auch nochmal die Form speichern. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt wieder ausmache, kann ich mal machen, und neu starte irgendwann, dann sind meine Daten immer noch da, wie ihr hier seht. Ja, als nächstes können wir mal Resource-Files hinzufügen. Die können wir entweder einfach hier reinschieben, in dieses orangene Feld. Oder ist es Lachsfarben? Ich weiß es nicht. Oder hier können wir sie auswählen. Ich habe hier mal eine Reihe von verschiedenen Daten, die ich importieren möchte. Unter anderem Elan-Files, ERF-Files, MPEG-Videos, WAV-Dateien. Und auch Text-Dateien und PFSX-Dateien. Ja, die importieren wir jetzt mal. Und dann sehen wir sie auch schon hier im Zimdimaker. Grün bedeutet, dass es sich hierbei um eine Written Resource handelt. Und blau bedeutet, dass es sich um ein Media-File handelt. Rot bedeutet, dass Zimdimaker diese Datei nicht kennt. Und deshalb auch empfiehlt, sie in ein anderes Format zu kodieren. Tja, viele machen es ja so, dass sie gerne eine Session pro ERF-File erzeugen möchten. Das geht hier auch ganz einfach mit dieser Funktion, nämlich Create one session per media file of specific file format. Ich habe hier ERF ausgewählt und das mache ich jetzt mal. So, und schon sehen wir, dass hier jede Menge neue Sessions erstellt worden sind. Hier sehen wir auch schon, dass er Probleme hat mit Dateien, nämlich mit diesen PFSX-Dateien. Zimdimaker weiß nicht, um was es sich hier handelt und wird sie fortan trotzdem mal als Written Resource betrachten. Man kann diese Dateien aber nicht unbedingt in ein Archiv hochladen, deswegen sollte man sie schon nach Möglichkeit nochmal in ein anderes Format kodieren. Ja, wir sehen hier die ganzen Sessions. Ich mache mal eine auf. Da sehen wir dann auch die Resources in der Session. Wir sehen, dass zur Session das Elan-File hinzugefügt worden ist. Außerdem werden zur Session die Files hinzugefügt, die zwar eine andere Dateiendung haben, aber den gleichen Namen oder mit dem gleichen Namen, wie das Elan-File losgeht. Ja, die sind auch drin. Auch dieses WAV-File, es trägt den gleichen Namen, wie das Elan-File und ist deswegen auch jetzt in der Session drin. Bei den anderen Sessions ist das ganz ähnlich. Ja, dann können wir mal damit anfangen, eine Session zu annotieren. Wir sehen, die Session hat auch schon den Namen bekommen des Elan-Files. Können wir natürlich nochmal ändern, wenn wir wollen. Dann geben wir der Session einen Titel, ein Datum, eine Beschreibung und was es sonst noch so gibt. Wer sich nicht sicher ist, wozu die einzelnen Felder benutzt werden, der kann auch mit dem Mauszeiger darüber fahren und dann sieht er nämlich eine kleine Beschreibung hier. Also die ID ist ein Unique Identifier. Was ist der Titel? Das ist der volle Titel meines Projekts. Also der Titel der Session und das Genre. Ja, wenn jemand beim Genre eine eigene Angabe machen will, die hier nicht drin ist in diesem Vocabulary, dann kann er auf dieses A hier drücken. Denn hierbei handelt es sich um ein Open Vocabulary. Und dann kann er ein eigenes Value hier eintragen. Das geht natürlich nur bei Open Vocalories. Hier unten, das sind Closed Vocalories. Da muss man von den vorgegebenen Optionen eine auswählen. Schön alles ausfüllen hier. Und dann können wir auch noch Actors hinzufügen. Das geht hier im Actors View. Das mache ich jetzt mal. Ich füge mal einen Actor hinzu. Muss ich jetzt nicht jedes einzelne Feld ausfüllen. Meine Rolle soll der Annotator sein. Und ich spreche die Sprache Deutsch. Das ist meine Muttersprache. Als auch etwas Englisch. Die erste Sprache, die ich hier zum Actor hinzufüge, da nimmt das Programm an, dass es die Muttersprache und die Primärsprache ist. Das kann man natürlich auch ändern, wenn jetzt eine andere Sprache die Muttersprache sein soll. Das kann man einstellen. Ich kann die Sprache natürlich auch wieder löschen hier. Möchte ich aber nicht. Ja, dann speichere ich den Actor. Und erstelle vielleicht noch einen. Ja, meine Actors sind noch ziemlich jung, wie ihr seht. Und Martina spricht französisch. So, speichere ich sie. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Actor zu duplizieren. Das geht hier. Dann seht ihr hier, der Actor ist zweimal da. Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich der einen Version dem Duplikat eine andere Rolle zuweisen möchte, weil ich zum Beispiel in einer Session nicht der Annotator, sondern nur der Editor oder irgendwas anderes bin. Speichern. Und dann seht ihr hier, einmal gibt es mich als Annotator und einmal mich als Editor. Ja, wenn ich alle Actors hier gespeichert habe, gehe ich zurück zu den Sessions und dann kann ich die Actors auch hier hinzufügen. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, üblicherweise oder oftmals ist es so, dass die Leute in all ihren Sessions die gleichen Metadaten haben. Und um das schnell zu bewerkstelligen, gibt es diese Funktion hier. Copy Session 1, Metadata to all Sessions. Das bedeutet, ich kann alles, was ich hier mühselig in meiner ersten Session eingetragen habe, auch einfach kopieren in alle anderen Sessions. Das mache ich mal. Und zwar auch das Datum, aber auch Location, Project, Content und Actors. So, und wenn wir jetzt hier in eine andere Session schauen, sehen wir, da sind jetzt auch die Actors übernommen worden, auch das Datum und alle Daten zu Project, Content und Location. Das gilt für alle Sessions. Tja, vielleicht wäre das nochmal eine gute Gelegenheit, um jetzt das Formular zu speichern. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal aktualisiere, ist immer noch alles da. Wir gehen mal kurz zu den Settings. Dort kann man nämlich das Ausgangsformat wählen. Das ist entweder das IMD-Format oder das SIMD-Format mit dem IMD-Profile. Außerdem gibt es hier noch eine Einstellung, nämlich Calculate Actors Age. Das bedeutet, wenn ich sowohl dem Actor ein Geburtsdatum gegeben habe, auch die Session ein Datum hat, dann wird das Alter des Actors pro Session berechnet. Also das Age wäre in dem Fall, wäre also Session Date minus Birth Date. Das können wir auch gleich mal überprüfen, ob das auch so übernommen worden ist in den Metadaten. Und hier unten kann man noch die Browser-Datenbanken löschen, die der SIMD-Maker erstellt hat. Zum einen die Actor-Datenbank, also dann werden alle Actors gelöscht. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Und die Recall Data, das heißt die ganzen Eingaben, die ich hier gemacht habe, sowohl Korpus, Sprachen und Sessions, möchte ich jetzt natürlich auch nicht machen. Wenn ich fertig bin mit dem Annotieren, kann ich auf XML Output gehen. Und dann sehen wir hier auch schon den Korpus und auch alle Sessions im Imni-Format. Ich kann nun entweder jede Session einzeln herunterladen oder den Korpus einzeln herunterladen. Ich kann aber auch alle Dateien zusammen hier herunterladen. Herunterladen natürlich nur in Anführungszeichen, denn wir laden hier nicht wirklich was herunter. Wir speichern nur die Dateien, die der SIMD-Maker hier erstellt hat. Das mache ich jetzt mal. Und da sehen wir hier auch schon jede Menge Downloads, die jetzt auf meiner Festplatte sind. Schauen wir aber doch mal in eine Session gleich kurz rein. Schauen wir mal, ob auch unsere Actors jetzt drin sind. Ja, da sind sie. Da ist einer. Und wir sehen hier auch das Alter des noch sehr jungen Actors wurde auch berechnet. Ja, das war's soweit von mir. Dieses Tutorial bezog sich im Übrigen auf die Version 0.5.6 des SIMD-Makers. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Kenntnisse hinzugewinnen können. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen.